ja eigentlich wunderbar ich finde bestes wanderwetter als man braucht einfach gutes equipment aber dann kann man überall hinlaufen also man freut sich auch dass man ein bisschen durchgefroren ist also wir wünschen uns schon sehr lange wieder den schnee zu sehen und dann ist es irgendwie das beste einfach jetzt hochzufahren wenn wir wir haben gehört der schnee kommt hier hoch auf dem brocken und dann einfach hoch ja ziemlich kalt sehr windig sehr windig und wenn man dann mal so eine halbe stunde unterwegs ist im schneegestöber damit hat gleich im auto mit sitzheizung tschau